Das war heute so ein bisschen so eine Selbstreflexion von mir, wo ich gedacht habe, ich bin zu hektisch im Alltag und ich gebe ihr nicht die Zeit, die sie in dem Moment gerade gebraucht hätte. Das versuche ich morgen auf jeden Fall anders zu machen. Das Letzte, was ich noch mitgenommen habe, ist Druckerpapier, habe ich euch, glaube ich, auch erzählt. Ich muss dringend ans dritte Quartal der Steuererklärung. Für André mache ich das immer. Und das mache ich heute Nacht. Videoschneiden und steuern. Oder vielleicht auch ein Teil heute, ein Teil morgen. Mal schauen. Aber ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht so viele Vlogs bringe, weil ich weiß, dass ihr das gerne schaut und mich macht das dann wieder glücklich. Und deswegen möchte ich euch viele Vlogs geben. Aber ja, ihr seid immer sehr, sehr verständnisvoll. Auf jeden Fall ist sie jetzt dran. Ich verräume jetzt das Zeug, mache den Schafskäse in den Ofen. Dann haben wir ja mindestens 30 Minuten, bis das Essen fertig ist, wo wir wieder zusammen spielen und dann essen wir und dann gehen wir in die Badewanne und dann gehen wir schlafen. Okay, alles erzählt? Ich glaube schon, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Vlog. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020